jo leute was geht willkommen zurück zu diablo 4 das ist tatsächlich schon der fünfte try dieses video aufzunehmen weil es wirklich ein kompliziertes thema ist heute geht es um glückstreffer und bevor wir da rein starten das allererste was ihr machen müsst damit ihr das überhaupt sehen könnt ist den erweiterten tooltipp zu aktivieren das ganze macht ihr bei spiel optionen gameplay und dann habt ihr hier erweiterte tooltipp informationen aktivieren das müsst ihr auf jeden fall auf aktiv setzen damit ihr die glückstreffer chance überhaupt seht und jetzt ist es so dass die jede fähigkeit die er einsetzt egal ob es eine basisfähigkeit ist jede aktive fähigkeit die er einsetzt und die den gegner trifft hat eine glückstreffer chance und am heutigen beispiel möchte ich pulverisieren nehmen hier beim druiden und da seht ihr oben schon die glückstreffer chance liegt bei 25 prozent das heißt wenn ich ein gegner angreife habe ich zu 25 prozent die chance ein glückstreffer auszulösen das ganze dürft ihr nicht verwechseln mit einem krit mit einem kritischen treffer krit chance noch mal was ganz anderes hier geht es wirklich um den glückstreffer der kam komplett neu dazu und diablo 4 und wie gesagt hier habt ihr eine 25 prozent chance wenn ein gegner angreift ein glückstreffer zu treffen und diesen wert das ist der wert den ihr beeinflussen könnt mit der bonus mit dem bonus an glückstreffer zum beispiel hier bei umarmung der mutter hat ein 9 prozent glückstreffer chance bonus wenn ich den also ein anziehe habe ich 9 prozent bonus die rechnung müsste nicht wissen aber ich sage sie einmal damit sie gehört habt 0,25 mal in klammern 1 plus 0,09 klammer zu und dabei kommt dann raus 27,25 das müsst ihr aber nicht selber lernen das ganze rechnet das system glücklicherweise für euch aus und jetzt habe ich eine 27,25 prozentige chance ein glückstreffer auszulösen so weit so gut wenn ihr diesen glückstreffer ausgelöst habt dann bringt euch das ja natürlich nur was wenn ihr irgendeinen effekt habt den ihr auslösen wollt in meinem fall ist es die fähigkeit irgende macht die seht ihr ja unten und die hat eine chance von fünf prozent ausgelöst zu werden und diese fünf prozent kann ich erhöhen wenn ich einen kritischen treffer habe oder wenn das ziel betäubt bewegungsunfähig ist oder zurückgestoßen zurückgestoßen wurde also gehen wir mal von 15 prozent aus weil ich mache eigentlich immer kritz oder ich betäube bewegungsunfähig oder stoße den gegnern zurück also gehen wir von 15 prozent aus damit es einfacher zu rechnen ist also nehmen wir erstmal die 25 jetzt erhöht 27 prozent chance damit es einfacher zu rechnen ist 1 zu 4 ich habe eine 1 zu 4 chance dass überhaupt ein glückstreffer ausgelöst wird und dann habe ich noch mal eine 15 prozentige chance diesen effekt zu bekommen und ich glaube ihr seht schon glückstreffer ist arg selten wie der name schon sagt glückstreffer pulverisieren trifft natürlich immer viele gegner man hat oft die möglichkeit diesen effekt zu bekommen aber wenn ihr jetzt zum beispiel eine fähigkeit habt die nur einen gegner trifft und selbst wenn diese diese chance bei 50 prozent liegt dann habt ihr immer 1 zu 1 zu 2 chance ein glückstreffer auszulösen und wenn ihr jetzt zum beispiel feuchte des schicksals benutzt und diese verschiedenen glückstreffer ja habt dann müsst ihr erstmal glückstreffer treffen und dann habt ihr noch mal die chance ein von diesen effekten auszulösen ich hoffe das thema ist relativ klar geworden wichtig ist ihr habt ein glückstreffer auf eurer fähigkeit und erst danach habt ihr die möglichkeit ein dieser glückstreffer zu treffen wenn ihr noch fragen habt schreibt es gerne unten in die kommentare ich weiß es ist ein kompliziertes thema oder kommt ihr ins stream ich versuche es da noch besser zu erklären ansonsten würde ich mich sehr über ein follow zum kanal freuen es kommt demnächst die season raus wenn ihr da noch mehr erfahren wollt klickt mal das video hier an ich habe gestern ein cooles video zu den seasons gemacht ich würde mich sehr über ein like auf dem video freuen sage bis zum nächsten mal leute haut rein